Dann würde ich sagen, gehen wir rein, wieder in die Memes, deutsche Memes, die Squid Games spielen. Boah, ich sag euch ganz ehrlich, ich hab gestern Abend Squid Game geschaut, ich bin glaube auch bei Folge 3 oder so, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ne, Folge 4, da bin ich irgendwann eingeschlafen. Echt eine kranke Serie, wirklich. Wie kommt einer auf die Idee, so eine Serie zu machen, jetzt mal ganz ehrlich? Deutsche Memes, die Squid Game spielen, ich würde auf jeden Fall nicht mitmachen. Boah, bin ich gespannt, Alter. 5 Minuten? Okay. Raus geht der Kuss. Ja, Kuss geht raus. Seine Freundin hat sich abgeschminkt. Wie knapp ich meinen Abschluss geschafft habe. Boah, ich hab mich grad so erschrocken, Alter, ohne Spaß jetzt wirklich, ich hab mich grad wirklich erschrocken. Boah, die Horrorvorstellung des Todes. Sieht man, das sieht doch richtig knapp aus, Alter, wenn man die Tür aufwacht, dass die dagegen knallt. Wie knapp, Alter, guckt euch das mal an. Digga, ich hab mich grad wirklich so erschrocken, Alter. Der weiß, dass Tramix süchtig ist. Wie ist das Wetter bei dir? Keine Ahnung. Warte, was hat er gesagt? Wie ist das Wetter bei dir? Keine Ahnung. Weiß er doch nicht, der ist von der ganze Zeit daheim. Weiß ich seit FIFA Release nicht mehr. Das glaub ich ihm. Seit FIFA Release, dass er nicht weiß, wie das Wetter bei ihm ist. Hat er sich da jetzt was gebrochen oder was? Hand gebrochen, in Scope 2.0. Jetzt mal bin ich überbelichtet. Matheunterricht, wie geht nochmal die PQ-Formel? Bester Song, PQ-Formel. Wie Jungs Freunde werden. Okay, die sind Best Friends. Warte, wie geht das so? So, die sind Best Friends. Der auch. Decker, was geht bei denen ab, ey. Drachenlord, alias das ultimative Kraftpaket. Oh Gott, Alter. Rudi, der sich verurteilt? Eine Hand. Hätte ich auch mit links gekonnt. Boah, Respekt, Alter. Respekt. Komm hier. Montes Donations sind die Besten. Ach, stimmt. Ich glaube, das habe ich gesehen. Digger. Montes Penis mit einem Zweier. Wasch mich mal wieder. Ja. Montes 540 Gramm Pony mit einem Zweier. Mach mal wieder Werbung für mich. Wie habe ich so gefeiert, Alter. Montes Haushälterin Agata mit 2 Euro. Nächstes Mal. Den fühle ich. Montes Haushälterin Agata mit 2 Euro. Nächstes Mal das in der Toilette wieder runterspülen, bitte. Okay. Ja, erwischt. What the fuck, Alter. Wie schafft man das denn so laut vor allem? Also, wie schafft man das so laut? Ich will nicht sagen, dass ich das auch kann auf Kommando, aber... What the fuck? Ich stelle dir mal vor, du läufst da so an dem entlang und der rülpst dich einfach an, Digger. Gott. Die armen, Alter. Die denken sich so, ja, komm mit den alten Freunden so, also von früher einfach rausgehen und dann rülpst dich einer von der Seite einfach an, ey. Ausbilder B-Like. Sie bieten mir einen Job an. Ich denke nur drüber nach. Was? Ja. Was reimt sich auf Eck? Was reimt sich auf Eck? Was machst du, Opa? Wollenflip, du keck. Wollenflip, du keck. Jeder Traum hat eine Bedeutung. Mein Traum. Meine Mutter, wenn sie hört, dass die Tests schlecht ausgefallen sind. Ja, was? What the fuck, Alter? Wie kommt... Ja, okay. Wofibunk. Ich stelle dir vor, es gibt so ein Trainingscamp dafür. Extra für sowas, Digger. Dirty ist eine Gefahr. Ach, Dirty, stimmt von Shirin David, ne? Hab ich dich getrunken, ehrlich gesagt. Bruder, probier mal diesen Dirty, der ist zu krank. Baba? Baba. Bruder, was ist das? Was hast du mir da gebeten? Ja, was passiert mit dem? Ich lasse dich auf das. Okay, der war nicht schlecht. Lehrer Schmidt nach der Impfung. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit mit meiner Maus? Waffen, die gebannt wurden. Tischkante. Legumin fühle ich. Nokia 331... Nokia 331... Schild. Scheiße, mein Airpods kaputt. Ahmad, kannst du mein Airpods reparieren? Danke, Ahmed. Welche Stellung tut am meisten weh? Wallah, diese zwei tun krass weh. Bitte spiel die nicht, wallah. Formation. Dann bitte tut's mir nisch an, Bruder. Man kommt einfach nisch durch. FIFA macht einen fertig, oder? Oh Gott, nee. Die Szene kann ich noch nicht anschauen. Ich kann gehen. Was war denn das jetzt? Was ist denn da los? Wenn Ronaldo im Squid Game wäre. Ach so. Wie ich geweckt werde. Deswegen Squid Game. Wie ich geweckt werden will. Aufstehen! Bro, wer wacht denn so auf, alter? Die aufgeholt! Ja, okay. Von dem geweckt werden, Digga. Ihr F***en! Was stand da? Aber die Mushroom, what are they? Anybody know what kind of Mushroom this is? Junge, was für Pilz? Das war kein verdammter Pilz. Das war mein Scheiß. Ah, okay. Alles und ruf halt Monta an. sympathrendre. Auf diese Geld waren. Okay, go! Bis zum nächsten Mal.